In dieser Lektion sehen wir uns das sogenannte Verketten von Funktionen an. Dazu zuerst einmal das allgemeine Konzept. Wir sagen ja f und g sind zwei reelle Funktionen, irgendwelche reellen Funktionen, ist uns jetzt egal. Wann spricht man von einer Verkettung? Also, wir starten bei einem Wert x, also beim Argument, und das ist also eine Definitionsmenge von der Funktion f. Dieses x setzen wir in die Funktion f ein und erhalten daher den Funktionswert f von x. Soweit, so gut. Also, das ist jetzt einmal das Grundprinzip einer Funktion. Argument, in die Funktionsgleichung einsetzen, erhalten wir den Funktionswert f von x. Jetzt sind wir aber nicht am Ende, sondern wir ketten quasi diese Funktion mit einer weiteren reellen Funktion g zusammen, indem wir das Ergebnis von der Funktion f, also diesen Funktionswert, als neues Argument verwenden und in die reelle Funktion g einsetzen und daher den Funktionswert g von f von x erhalten. Also, der Wert hier wird in die reelle Funktion g eingesetzt. Und den Weg von hier, also vom x aus der Definitionsmenge f zum Funktionswert von g, also dieser lange Weg hier, den schreibt man als g-Ring f, wird auch g nach f ausgesprochen. Man sieht hier schon folgendes bei der Schreibweise. Man schreibt quasi von rechts nach links die Funktionen, wie sie durchlaufen werden. Man könnte theoretisch unendlich viele Funktionen zusammenketten. Also, ich könnte da f dann das Ergebnis von f von x in g einsetzen, dieses Ergebnis wiederum in eine Funktion h von x einsetzen, dieses Ergebnis wiederum in eine Funktion z von x und so weiter einsetzen. Also, man könnte immer, immer weiter verketten. Ist im Prinzip kein Problem. Eine Sache gibt es allerdings, die man bedenken muss, und die spielt sich immer bei dem Knotenpunkt ab, wo ich von einem Funktionswert der ersten Funktion in die nächste Funktion einsteige. Weil, welches Problem könnte sich ergeben? Es könnte ja passieren, dass der Funktionswert, der hier rauskommt bei f von x, für die Funktion g nicht definiert ist. Das heißt, diese Verkettung funktioniert nur dann, wenn dieser Funktionswert f von x in der Definitionsmenge von g drin liegt. Nur dann darf ich weiter rechnen, sozusagen. So, das schaut jetzt alles ein bisschen theoretisch aus. Wir machen dazu jetzt einfach mal zwei Beispiele. Erstes Beispiel. Ich habe eine lineare Funktion f. f von x ist x plus 1. Und die quadratische Funktion g von x ist x², also die Grundparabel. Wenn wir uns jetzt ganz kurz überlegen, die Definitionsmenge von f sind die reellen Zahlen. Das ist eine lineare Funktion. Ich kann da alles für x einsetzen. Und auch die Wertemenge sind die reellen Zahlen. Wenn ich da minus 7 einsetze, habe ich minus 7 plus 1 ist minus 6. Also da kommt mir eine negative Zahl raus. Wenn ich 5000 einsetze für x, habe ich 5000 und 1 ist eine reelle Zahl. Wenn ich eine rationale Zahl einsetze, wie ein Drittel, ein Drittel plus 1 sind 4 Drittel. Also, wie man sieht, es kommen immer reelle Zahlen raus, ohne Einschränkungen. Bei der Funktion g von x habe ich auch als Definitionsmenge die reellen Zahlen. Es wird quadriert. Ich kann da alles einsetzen. Als Wertemenge, wenn man es genau nimmt, hat man nicht alle reellen Zahlen, sondern nur die positiven reellen Zahlen und die 0. Negatives wird beim Quadrieren, wenn ich eine reelle Zahl einsetze, nicht rauskommen. So, jetzt kann ich verketten. Eine Verkettungsmöglichkeit wäre die, die wir vorher allgemein und schon angesehen haben. Ich verkette in die Richtung, dass ich sage, ich rechne zuerst f von x aus und setze das dann bei g ein. Diese Funktion habe ich jetzt a genannt. Also a ist die Verkettung von f und g. Statt f von x in der Klammer kann ich jetzt die Gleichung von f einfach einsetzen. Die ist ja, wie wir hier sehen, dann x plus eins. Also das ist dann, das hier setze ich hier statt f von x ein. Und das wird jetzt da bei g eingesetzt für das x und dadurch ist es logischerweise x plus eins in Klammer, weil das Argument wird ja von g quadriert zum Quadrat. Das würde man jetzt auch so schreiben. g von f von x ist gleich in Klammer g Ring f Klammer zu von x. Und wie gesagt, bei der Reihenfolge hier wird zuerst f ausgeführt und dann g ausgeführt. So ist diese Verkettung jetzt möglich oder nicht? Na ja, wie gesagt vorhin, ist die Verkettung ja nur dann möglich, wenn die Wertemenge von f, also was bei f von x hier rauskommt, wenn all diese Werte in der Definitionsmenge von g enthalten sind. Na ja, und das ist in dem Fall sicher der Fall, weil ich sehe ja, es kommen bei f in der Wertemenge beim Ausrechnen reelle Zahlen raus und ich darf bei g als Definitionsmenge lauter reelle Zahlen einsetzen. Also das funktioniert, ist kein Problem. Schauen wir es uns umgekehrt an. Was würde passieren, wenn ich zuerst g ausrechne und das Ergebnis in f einsetze, also f von g von x in dem Fall? Na ja, gleiches Prinzip, vorher, jetzt ersetze ich hier g von x durch die Funktionsgleichung x² und dieses x², das Argument setze ich jetzt da hier oben ein in die Funktionsgleichung und erhalte dadurch die Funktion x² plus 1. Anschreiben mit der Ringschreibweise würde man das jetzt so, also genau umgekehrt, f von g von x ist f Ring g. Jetzt überlegen wir uns kurz, ob das geht. Na ja, das geht dann, wenn die Wertemenge von g, also was hier bei g rauskommt, in der Definitionsmenge von f enthalten ist. Na ja, und das funktioniert, weil die Wertemenge von g sind die reellen Zahlen, die positiv sind und 0 und die sind ja sicher in den reellen Zahlen enthalten. Und damit funktioniert das. Also ich kann hier auch in die Richtung verketten. Definieren wir das Ganze einmal. Okay, nein, wir definieren noch nicht. Wir machen noch das Beispiel 2 zuerst. Da habe ich definiert, wieder eine lineare Funktion, f von x ist x minus 10 und eine Wurzelfunktion, g von x ist die Wurzel aus x, also die Quadratwurzel aus x. Wieder lineare Funktion, f, das heißt Definitionsmenge sind die reellen Zahlen. Es werden auch reelle Zahlen als Wertemenge rauskommen. Bei der Funktion g wissen wir, Quadratwurzel ist eine andere Geschichte. Da kann ich nur positive Zahlen beziehungsweise die 0 einsetzen. Und als Ergebnis sagen wir jetzt einmal, wir schauen uns nur die positiven Ergebnisse der Quadratwurzel an beziehungsweise die 0. Also da schränke ich mir schon mal ein, weil sonst hätten wir ja gar keine Funktion, wenn wir das da in dem Fall bei der Wurzel nicht einschränken würden. So, schauen wir uns die erste Verkettungsmöglichkeit an. Wir rechnen wieder g von f von x. Das heißt, zuerst f ausrechnen und das dann bei g einsetzen. Das heißt, ich ersetze jetzt einmal f von x durch x minus 10 und setze das dann bei g ein. Also das Argument hier wird dann hier eingesetzt und dadurch erhalte ich die Wurzel aus x minus 10. Schreiben würde man das Ganze wieder so allgemein, also g ring f von x. Und jetzt muss ich mir wieder überlegen, liegt die Wertemenge von f immer in der Definitionsmenge von g drin? Also ist das eine Teilmenge oder ist es nicht so? Und jetzt sehe ich aber, das ist nicht so, weil die Wertemenge von f sind ja alle reellen Zahlen. Das heißt, es kann ja auch was Negatives rauskommen, was klar ist. Setze ich für x 7 ein, habe ich 7 minus 10 ist minus 3 und dann würde ich das minus 3, was hier rauskommen würde, in die Wurzel einsetzen und dann hätte ich auf einmal die Wurzel aus minus 3 und das funktioniert im reellen Bereich nicht. Ich sehe es auch hier ganz klar, die reellen Zahlen sind keine Teilmenge der positiven reellen Zahlen und 0. Umgekehrt schon, aber wie gesagt, die negativen Zahlen stecken hier ja nicht drin und deswegen klappt das nicht. Also so uneingeschränkt kann ich hier die Verkettung nicht durchführen. Schauen wir uns die zweite Verkettungsmöglichkeit an. f von g von x. Das heißt, ich rechne mir zuerst die Wurzel aus und setze dann die Wurzel von x bei f ein und erhalte daher die Funktion Wurzel aus x minus 10. Das werden wir mir wieder so anschreiben. f ring g von x. Wie schaut es hier aus? Steckt hier die Wertemenge von g in der Definitionsmenge von f drin? Ja, steckt sie. Man sieht ja, die Wertemenge von g ist r plus 0. Die Definitionsmenge von f sind alle reellen Zahlen. Das klappt und somit kann ich die Verkettung in diese Richtung ausführen. So, und jetzt machen wir die Definition. Also, es seien f und g zwei reelle Funktionen mit der Eigenschaft, dass die Wertemenge von f eine Teilmenge der Definitionsmenge von g ist. Es muss keine echte Teilmenge sein, falls wir uns erinnern. Echte Teilmenge bedeutet, dass die zwei Mengen nicht ganz identisch sein dürfen, sondern dass sie unterschiedlich sein müssen. Teilmenge an sich heißt, es könnten auch beides die gleichen Mengen sein. Haben wir vorher auch gehabt, die Wertemenge von f vor die reellen Zahlen und die Definitionsmenge von g waren auch die reellen Zahlen. So, dann heißt die Funktion h ist gleich g Ring f mit g von f von x ist gleich g Ring f von x die Verkettung der Funktionen f und g. Und wie bereits jetzt mehrmals ausgesprochen, man spricht das Ganze entweder g nach f aus oder g Ring f. Wichtig ist eben die Reihenfolge. Es wird von rechts nach links ausgeführt. Das heißt, zuerst f, dann g und dann, wenn noch mehrere Funktionen kommen würde, würde man das so nach links fortschreitend quasi in die Richtung ausführen. So, Beispiel 2 setzen wir fort, falls wir uns erinnern, wir hatten ja bei der Verkettungsmöglichkeit 1 das Problem, dass es nicht funktioniert, weil die Wertemenge von f, die ja r ist, keine Teilmenge der Definitionsmenge von g ist, die nur die positiven Zahlen und 0 sind. Naja, man könnte das jetzt natürlich unter Anführungszeichen reparieren, damit diese Verkettung doch durchgeführt werden kann. Was muss man dazu machen? Naja, dazu muss ich von f die Definitionsmenge hier einschränken, sodass die Funktionswerte, die von f rauskommen, also die Wertemenge von f, in der Definitionsmenge von g enthalten ist. Und dazu muss ich mir nur überlegen, was darf nicht passieren hier bei g. Naja, also was darf hier nicht passieren? Also wenn ich da x-10 habe unter der Quadratwurzel, das x-10 kommt ja von f und wird hier bei g eingesetzt, dann ist glaube ich uns allen klar, x-10 muss größer oder gleich 0 sein, weil in der Quadratwurzel darf ich entweder positive Reelle zahlen oder auch die 0 einsetzen, aber eben nichts Negatives. Und das ist eben genau dann der Fall, wenn x größer gleich 10 ist. Das heißt, beschränke ich die Definitionsmenge von f auf die Reellenzahlen, die größer gleich 10 sind, dann liefert mir das automatisch eine Wertemenge von f, die entweder positiv oder 0 ist. Überlegen wir uns ganz kurz, warum. Also setze ich hier beispielsweise die 10 ein, dann hätte ich 10 minus 10 ist 0 und die Wurzel aus 0 kann ich ausrechnen. Setze ich 15 ein, weil weniger als 10 darf ich ja nicht einsetzen, habe ich 15 minus 10 ist 5 und die Wurzel aus 5 funktioniert. Wie man sieht, ich erhalte jetzt da beim Einsetzen hier bei f nur Werte raus, die reell sind, die mindestens 0 sind. So, wenn ich die 10 einsetze und dann, je mehr ich einsetze, desto größer wird das Ergebnis. Und in dem Fall, also quasi unter diesem Setting jetzt hier, wo ich die Definitionsmenge von f eingeschränkt habe wodurch sich auch die Wertemenge von f verändert, geht sich das hier, sehe ich hier und hier, das geht sich jetzt perfekt aus und somit steckt die Wertemenge von f in der Definitionsmenge von g drin, also Wertemenge von f ist eine Teilmenge von der Definitionsmenge von g. Schauen wir uns abschließend noch ein drittes Beispiel an. Hier habe ich eine rationale Funktion, f von x ist 3 durch x definiert und eine Funktion g von x ist wieder linear 2 minus x. Überlegen wir uns ganz kurz die Definitionsmenge von f. Naja, ist ein Bruch, der Nenner darf nicht 0 sein, das heißt, ich darf da alles einsetzen außer die 0, also r Stern und rauskommen werden mir auch alle Zahlen nur nicht die 0, also r Stern. 3 durch minus 5 sind minus 3 fünftel ist minus 0,6 und 3 fünftel werden plus 0,6 also positive oder negative reelle Zahlen kommen raus, aber die 0 eben nicht und g ist linear, das heißt, sowohl die Definitionsmenge als auch die Wertemenge sind wieder die ganzen reellen, also wieder alle reellen Zahlen. So, schauen wir uns wieder beide Verkettungsmöglichkeiten an. Angenommen, ich verkette in die Richtung, dass ich zuerst f ausrechne und dann dieses Ergebnis bei g einsetze, das heißt also g von 3 durch x, dann erhalte ich 2 minus 3 durch x. Naja, das würde wieder dann funktionieren, wenn die Wertemenge von f eine Teilmenge von der Definitionsmenge von g ist und wie wir da sehen, das funktioniert, weil bei der Wertemenge von f kommen die reellen Zahlen außer die 0 raus und bei g darf ich sogar alle reellen Zahlen einsetzen, damit funktioniert das in die Richtung problemlos. Umgekehrt, ich rechne zuerst g aus und setze das dann bei f ein, das heißt ich hätte f von 2 minus x, setze das dann bei f eben hier ein, im Nenner wird x durch 2 minus x ersetzt, dann hätte ich 3 durch 2 minus x. Naja, wenn man da schon überlegt, glaube ich, sieht man schon, das könnte zu einem Problem führen, man sieht es ja hier auch ganz eindeutig, die Wertemenge von g sind alle reellen Zahlen, also hier darf ich alles einsetzen, darf ich alles einsetzen und es kommt mir auch alles raus, also alle reellen Zahlen raus, bei der f darf ich aber nur r ohne die 0 einsetzen und wie ich sehe, das ist nicht, das hier ist keine Teilmenge von r Stern, weil hier die 0 fehlt, das heißt das klappt nicht. Naja, warum klappt es nicht? Weil ja 2 minus x nicht 0 sein darf, hier im Nenner, dann hätte ich ein Problem. Was ist daher? x darf nicht 2 sein, das heißt mit anderen Worten, schränke ich die Definitionsmenge von g so ein, dass ich alle Zahlen außer die 2 zulasse, dann erhalte ich automatisch auch die Wertemenge von g eingeschränkt und zwar würden dann alle Zahlen rauskommen, nur eben nicht die 0, weil solange ich da nicht 2 einsetze, kommen mir alle Redenzahlen raus, nur nicht die 0 und mit dem Setting jetzt da würde es wieder funktionieren, dass die Wertemenge von g, die jetzt ja mittlerweile auf r Stern geschrumpft ist, in der Definitionsmenge von f, die ebenfalls r Stern ist, enthalten ist. So, damit sind wir auch schon am Ende.